Hallo zusammen, ich bin Nick Nick und heute gibt es bei mir auf dem Kanal Pandemic Legacy. Und zwar in einer kleinen Runde mit ein paar Freunden. Wir sind alle keine wirklich großen Pandemic Cracks. Also drei von uns haben Pandemic schon drei, vier Mal gespielt, einer kennt das Spiel noch gar nicht. Und deswegen freuen wir uns sehr mit Pandemic Legacy jetzt einfach mal ein bisschen mehr davon kennenzulernen. Ich bin auch ein bisschen nervös dazu, dass wir jetzt auch die ganzen Karten zerreißen und Dinge bekleben müssen. Das ist für jemanden, der gerne Brettspiele spielt, immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Aber ja, mal schauen wie es wird. Das Ganze wird natürlich Spoiler enthalten, das ist klar. Pandemic Legacy als Legacy System funktioniert so, dass man eben wie gesagt Änderungen am Spiel vornimmt. Und zwar immer nach bestimmten Ereigniskarten. Und ein Teil des Spiels ist es einfach auch, diese Ereignisse zu erleben und davon überrascht zu werden. Wenn ihr es also noch selbst spielen wollt, dann guckt euch das Video vielleicht nicht an, sondern spielt es einfach selbst. Genau. Falls ihr es schon gespielt habt oder falls ihr es nicht mehr spielen wollt oder falls ihr nur mal am Anfang kurz reingucken wollt, wie es denn so ist, dann könnt ihr das gerne tun. Dafür sind diese Videos ja da. Los geht's! Mitte im Oktober. Per Gesetz USA erklärt sich zum Besitzer des gesamten Weltans. Die Erloschenen stellen die Wissenschaft vor ein Rätsel. Obwohl die Seuche sich aggressiv verbreitet, ist ihre Sterblichkeitsrate gering. Immer größere Teile der Bevölkerung sind Erloschene. Wir wissen, dass der Patient Null in der Stadt Null lebt. Wir befürchten, jemand muss da rein und ihn finden, denn er trägt den Schlüssel zur Entwicklung eines Impfstoffes in sich. Bitte bringt ihn zu uns. Lass mich raten, wo wir suchen müssen. Aufgabe findet Patient Null in Stadt Null. Das wird so unangenehm. Die Suche nach Patient Null nur in Stadt Null. Ich hoffe, wir sollten diese Runde doch. Suchdruck ruft pro abgewaffener Karte um ein Feld vor. Rückbewerbteil von der Stadtkarte stellt eine Militärbasis in Stadt Null ein zusätzliches Feld. Tja, Patient Null. Zieht diese Karte nach der ersten Oktoberpartie. Spielsiegbonus. Ja, können wir also gleich geben. Bauen wir erstmal, wir machen es mal richtig. Wir bauen erst komplett auf und dann entscheiden wir. Es kommen jeweils drei. Ah, halt. Aber eins kriege ich mir den Militärbasis aufkleber. Nicht vergessen. Genau, es kommen jeweils drei nach Shanghai. Da kommt noch die Militärbasis, die Leute nicht vergessen. Es kommen drei nach Shanghai, Seoul und Moskau. Jeweils zwei nach Lagos. New York. Blau. Vielleicht kriegt man ein bisschen blauer nach Geld. Und Los Angeles. Und es kommt jeweils einer nach Bagdad. Osaka. Und Manila. Ich habe Essen und Mailand im Angebot. Madrid, Paris. Riyadh und Montreal. Da haben wir jeder unter andauer. Ja, Miami ist aber leider gelb. Ist grün. Nee, ist gelb. Stimmt. Was unsere Suche nach Patient Null gerade etwas problem macht. Erschwert. Gut, allein schon die Tatsache eben, dass wir hier keine großartigen Boonie kriegen durch irgendetwas. Ich habe die ganze Zeit, wenn das Spiel überlegt, sondern dann kann ich mal eine Militärbasis in Miami bauen. Weißt du, das nächste Problem ist hier, damit irgendjemand nach Miami kommt. Braucht ein Fallschirm. Oder eine gelbe Karte. Er braucht ein Fallschirm. Ja. Er braucht nicht zwei Karten in der Stadtfarbe. Mhm. Er abwirft. Zwei gelbe Karten abwerfen. Er kann falsch in der Stadtfarbe. Oh, apropos. Stift. Der Einzige, der da hinfliegen dürfte, der hat meine Narbe verpasst. Ja, der darf nicht mehr. Und der hätte seine Militärbasis hinbauen können. Nee, ja, nicht nach Deutschland reden. Welche hatten wir gerade seit September? Ja, September, aber diesmal gewonnen. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir müssen erst die Charaktere auswählen. Ich bleib bei Korte. Und ich nehme an, du bleibst bei der Charaktere-Spezialistin. Tatsächlich denke ich, dass die gleichen Charaktere wieder sinnvoll sind. Haben wir mit denen irgendeine Chance, diesen Miami-Suchauftrag zu erfüllen? Mehr als mit allen anderen. Also ich bin gerade jetzt schon zufrieden. Ich habe die Schutzausrüstung auf der Hand. Also ich sehe es eigentlich, die einzige Möglichkeit ist, dass unser Soldat irgendwie nach Miami kommt. Wir das Fernglas kriegen. Er ab und zu gut zieht und mit dem Fernglas in Verbindung. Da sucht. Dann kann er halt pro Suchauftrag. Wir müssen gelbe Karten sammeln jetzt. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass er alleine das schafft. Da müssen mehrere Charaktere reinkommen. Ja. Ich habe die Schutzausrüstung. Ich kann mitsuchen jetzt. Du hast Schutzausrüstung. Du kannst auch mitsuchen. Wir brauchen nur erstmal gelbe Karten. Ja. Na gut. Nehmen wir die gleichen Charaktere? Ja. Möchtig. Du fängst an. Nidane ist zuerst ausgefüllt. Okay. Das sind unsere Dreier schwarz und rot. Du meintest, mit dem Fallschirm kannst du die Leute überall hinbringen? Wenn ich einen habe, ja. Haben wir noch einen drin? Wir haben noch Sprengstoff. Ein Fernglas, was sehr gut ist. Und die Drohnen-Eskorte, die auch hilfreich sein könnte, fährst du per Autoschiff in eine Stabilpanikflüche, vier oder fünf, wirf diese Karte ab, sonst aber keine. Dann könnte man also eine blaue Karte abwerfen, um von Bogota nach Maywee zu fahren. Hm. Zum Beispiel. Das wäre gar nicht so schlecht, weil sobald einer da steht, kriege ich jeden da hin. Ach, das stimmt. Aber dann reicht es ja sogar, wenn der Soldat hinfährt. Wenn der Soldat hinfährt und ab nächster Runde bist du dabei genommen. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, lass uns gucken, ob wir blau. Aber ich komme auch nicht ohne weiteres. Na, du kannst ja diese Karte abwerfen, oder? Dann braucht er ja einen Chakata draufkleben. Ja, dir fehlt halt eine Karte für den Suchauftrag. Ja. Okay, warte mal, es gibt noch, was mir da gerade einfällt. So, okay, ich. Es macht halt keinen Sinn, wenn er dich holt, weil du das Fernglas. Hm. Wir können auch hier zusammensammeln, dann kann ich bald blau heilen. Ich habe zwei. Ich kann jetzt in dieser Runde eine von dir einkassieren. Kann ich das noch? Warte mal. Madrid und Paris. Ja, ich reise nach Mailand, ich reise nach Paris, sind zwei Aktionen, ich hole dich zu mir sind drei Aktionen und ich kassiere von dir Paris. Eins sind... Fände ich scheiße. Vier Aktionen. Fände ich echt scheiße. Dann haben wir... Also, dann hast du dafür gesorgt, dass ich in meiner Aktion drumherum stehe und nichts mehr machen kann. Und ich könnte alle Roten wegnehmen, wenn du mich irgendwie zur Militärbasis runterbringst. Das könnte aber jeder andere auch. Ja. Allerdings die Frage, wie lange wir damit warten. Ja, genau. Dann kannst du das jetzt sogar machen. Das fände ich tatsächlich gerade als die sinnvollste Aktion. Dann könnte er einen zumindest runternehmen. Warum? Er kann alle. Ach so, ja stimmt. Also, so viel zum Thema kann jeder. Ja, genau. Du kannst es ja auch nur, wenn dich jemand bewegt. Also, du kannst es nur mit Hilfe. Wenn ich von der Militärbasis... Ja, genau. Wenn dich jemand nach hier bewegt. Wenn er vorher mit einer Aktion hinbewegt wurde... Nee, ich könnte es sogar, wenn ich zur Militärbasis kommen könnte. Ich habe halt keine Antauschung. Also, ich brauche drei Aktionen von da aus. Du brauchst vier Aktionen. Nee. Eins, zwei, drei. Drei. Ja. Du hast im Moment nur eine Aktion Vorteil. Ja, aber wir sollten uns halt erstmal... Oder Moskau. Also, wenn wir jetzt da nicht hinkommen, dann ist es halt... Wenn du diese Schutzkarte hast... Ja. Und du bewegst ihn dann nach Miami. Ja. Musst du die abwerfen, oder? Nee, die Schutzkarte... Nee, die Straßensperrkarte. Ja, wenn ich ihn nach Miami bewege, muss ich abwerfen. Die Drohne-Skarte? Nee, die Drohne-Skarte hast du ja. Weil er sollte sich das Fernrohr holen. Das fände ich für ihn wichtiger. Ja, aber das muss er ohnehin jetzt tun, wenn er in der Militärbasis steht. Nee, im Faschhaus-Syndrom steht. Deswegen kannst du ihn jetzt nicht bewegen. Ja. Die Frage ist halt... Ja, das macht keinen Similin. Ja, ich denke mal, du musst, wenn du es übernächste Mal dran bist, dann... Ja. Beziehungsweise Alex holt sich die Straßensperre und sorgt dafür, dass er nächste Runde da spielt. Und wenn wir dann gelbe Karten haben, holst du uns zu dir. Okay, was passiert, wenn er jetzt einfach rot macht? Du machst Moskau und stellst dich nach Paris. Damit kann Alex in der nächsten Runde sowohl Paris als auch Madrid von dir nehmen. Mhm. Du machst deine Ausrüstung bereit. Also ich kann aber nur einen Ort da... Ja, das stimmt. Die Frage ist, wie kriegen wir Seoul noch hin? Na dann doch mich zur Militärbasis und du machst Moskau. Ja. Ja, das machst du gut. Eins, zwei, drei, vier. Das geht gut los. Es geht los mit... Tokio. Oh. Oh, Tokio. Er zieht hier die ganze Zeit. Schlimm, ne? Es geht weiter mit... Tokio. Tokio. Boom. Ein Mann sieht Männchen nach. Mach sein festes Go. Und dann geht es weiter mit... Schlecht. So. Moment. Den habt ihr schon. Dann kommt... So. Und so strahlt nach Shanghai, was auch ausbricht. Leute, 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 Leute. Wir hätten doch einfach den Plan mit Shanghai machen sollen. Dann ist für einen Ausbruch weniger. Und wir hätten dann Blauwein können, nächste Runde. Ja, und dann kriege ich noch die Karte Bangkok. Das sah gerade noch so ruhig aus. Aber das war echt scheiße gezogen. Mhm. Ah. Und nicht zu vergessen, die Zeit läuft. Kairo und Tokio. Beides nicht so gut. Moskau? Also hätte es keinen großen Unterschied gemacht. Ne, Moskau hätten wir auch gehalten gehabt. Moskau hätten wir auch gehalten gehabt? Nein, Moskau hätten wir da nicht gehalten. Doch, in deinem Zug. In meinen Zug. Ja, wenn ich nicht. Ist dann wohl, hätte es Moskau einen runtergenommen. Stimmt. Und dann nach Paris. Der Unterschied wäre gewesen, dass nur eine von beiden ausgebrochen wäre. Wir brauchen doch die Karte, dass man sich die nächsten angucken kann. Du bist. Hm. Du kannst ein Fernglas auf Jakarta kriegen. Sie haben keine Fernglas mehr, oder? Doch, eins haben wir noch. Ah, okay. Soll mal ich vorgucken. Und was macht ihr denn dann? Na, wenn, wann, nicht jetzt. Naja. Ich widerspreche nicht dem Fernglas. Ich überlege nur, wie es dann weitergeht. Bitte diesmal richtig rund kleben. Ja, meine Hoffnung ist, dass ihn Alex dann irgendwie da hinbekommen kann. Ja, aber was machst du jetzt weiter? Das ist meine Frage. Also Moskau könntest du runternehmen. Ja, klar. Nie, man kann es ja nicht. Stimmt, brauche ich. Warte, Miami ist blau. Miami ist gelb. Ich hatte gerade einen Funkenhoffnung. Das mit den Funkenhoffnungen, das ist bei mir lange vorbei. Eins. Wir müssen zumindest Patient Null finden und dafür sorgen, dass die Zornis nicht noch weiter ausbricht. Ja. Ja. Das faszinierende finde ich hier, obwohl das Militär jetzt unser Feind ist, dürfen wir immer noch die Militär-Sonder-Aktion öffnen. Deswegen nennt sich ja Sabotage, was wir machen. Ich fürchte auch, das wird sich noch ändern mit der Militär-Sonder-Aktion. Ja, das wird sich wahrscheinlich, wenn wir Paket 7 aufmachen. Zum Beispiel. Ist die Frage, ob wir Moskau nicht was rausnehmen wollen. Hätte ich absolut nichts dagegen. Andererseits, dass jetzt so schnell nochmal eine Epidemie kommt, ist ja auch unwahrscheinlich. Ja. Aber wie viele Aktionen hat denn Alex nachher? Er muss hier runterkommen. Das heißt, einer muss hier stehen. Ach nee, du kannst nicht einfach zum Gebäude, oder? Nein. Wo steht Alex? Der gerade auch da. Ich stehe in Moskau. Eins, die Karte nehmen. Zwei, jemanden hier hinbewegen. Drei, rein vier. Das heißt, er hat keine andere Aktion mehr, um was zu holen. Ich muss eine gelbe, ich muss zwei Karten abwerfen, um jemanden nach Miami zu bewegen und eine davon muss gelb sein. Weil Miami zerstört ist. Nee, aber davon ist ja noch die Drohnen. Ja, okay, die Drohnen ist gerade. Also muss Daniel jetzt zum Schluss. Aber wir brauchen erst mal zwei Aktionen, um nach Bangkok zu kommen. Eine. Nein, um nach... Gucken wir doch erst mal, was er zieht. Wenn er nur die eine gelbe Karte hat, dann lohnt es sich trotzdem. Wer kann dann drei suchen? Ja, aber wir brauchen schon zehn Felder, müssen wir schaffen. Ja, aber wenn, wann nicht jetzt? Wir müssen irgendwann anfangen. Ja, aber... Aber wir sollten dann anfangen, wenn er auch wirklich mehrfach suchen kann. Ja. Wieso kann er drei suchen mit einer gelben Karte? Na, wenn er eine gelbe Karte und das Fernglas. Ja. Ja. Das macht drei. Und dann kriegt jemand von uns vielleicht noch hier irgendeine gelbe Aktion, die er abwerfen kann. Aber er darf ja mehr gelbe Karten auf einmal abwerfen. Das heißt, je mehr gelbe Karten er hat, umso besser. Wir sind eins, umso schlechter. Wir sind übrigens schon auf eins. Denkt daran. Ja. Warum sind die da vorfällig? Ah. Er kann ja immer eine gelbe Fernglas wieder nehmen, nochmal abwerfen. Hm. Das heißt, im Optimalfall sechs Felder. Was ist die gelbe? Sehr gut. Sau tausend. Das sind sechs Felder. Wir sind mal schon auf sieben. Eine gelbe gezogen, ja. Gelbe. Wir sind ganz stolz auf dich. Das ist unglaublich. Noch mal gelb. Hey, hey. Das ist nicht so. Osaka. Osaka. Ja, aber jetzt ist die Voraussetzung, dass Daniel zum Schluss in Bagdad oder eine andere Militärbase sein hat. Ist Thronflug Militär oder? Mal Militär. Militär. Das ist Militär. Und im coolsten wäre, wenn du Bogo treten hast. Was sagst du? Wobei auch San Francisco oder so ginge. San Francisco ist vielleicht. Davon da kannst du relativ viel machen lassen. Kannst du Tokio und Los Angeles abdicken. Aber reicht das denn, wenn ich in San Francisco bin? Ja. Eins zu dir. Ja. Zwei hierher. Über drei. Na, eins zu dir. Karte nehmen. Zweite Aktion. Karte nehmen ist zweite Aktion. Dritte Aktion. Dritte Aktion. Welche Karte nehmen? Du kannst die Drohnen. Hast du die Drohnen? Nee, reicht nicht. Du müsstest ein Punkt unterstehen. Du kannst nicht sagen, wenn du hier stehst, dann nimmst du jemanden an und stellst ihn hierher. Doch. Nur wenn der andere auf der möglichen Basis steht. Mhm. Was er mit tut. Nee, er muss noch pro runterstehen. Und sechs ist das Maximum. Ah, fast das Maximum. So, Helga. Find mal eine Möglichkeit, wie du acht hinkriegst. Ja, wenn du eine Militärbasis bauen könnt in Miami. Wobei, ganz ehrlich, wenn du Miami hättest, wäre es sinnvoller, keine Militärbasis zu bauen. Ja, auf der Miami-Karte klebt irgendwas. Ja, was ein richtiges. La... Okay, ich kann dann weder Lagos noch Moskau machen. Was wäre jetzt ein Ziel? Nee, ich kann entweder Lagos oder Moskau machen. Nee, oder? Nee, weder noch, wenn ich Tokio machen will. Ich würde jetzt nach San Francisco gehen, Los Angeles und Tokio machen und dann nach Bogota gehen. Ja. Scheiße, aber es geht nicht viel anders. Ach, was machen wir denn für ein Blödsinn? Dennis kann doch in seiner Runde von der Militärbasis aus sich den Drohnen-Dings holen und eine von den roten Karten abschmeißen und drüber nicht rüber gehen. Das wird auch funktionieren. Aber dann kann er nicht mehr nur noch einmal suchen. Ja, zweimal kann er noch. Na, einmal suchen, eine Aktion. Er kann plus, also drei Aktionen zweimal suchen, eine Karte wieder nehmen, hat er drei Aktionen verbraucht. Ah, dann meinst du ja, die Karte wieder zurücknehmen, das stimmt. Genau, sonst macht es keinen Sinn. Ich glaube aber im Moment, dass er einmal weniger sucht, wenn wir dadurch nicht überall sonst explodieren, ist ein fairer Deal. Ja. Solange es mal schafft, dass du einmal suchst. Dann würde ich nämlich jetzt mal jede Menge Zeugs verteilen. Eins, zwei, drei, vier. Aber auch damit er einmal suchen kann, ist halt die Bedingung, dass er zum Schluss hier steht am Anfang seines Suches. Das schafft man. Da sind zwei Aktionen bei, Alex. Genau. Da darfst du, du musst kurz hinbollen, das bitte ich. Ja, geht auch nicht mehr. New York, Nueva York. Und man, okay. Zwei. Ein. Das war ein Mensch, das wird toll. Dings entfernen. Was? Mindestens ein Würfelchen entfernen, was muss kommen. Sorry. Jetzt vielleicht noch drei, aber was ist dein Plan? Könntest Peking und Rosaca machen? Was machen wir mit New York? Ja. Zugucken, wie es stirbt. Wahrscheinlich, ja. Hätten wir doch nur eine Militärbasis in Madrid. Haben wir eigentlich in dieser Runde eine aufgeklebt? Shanghai, da wo du gerade bist. Und jetzt eine Aktion habe ich noch. Nehme ich noch einen Würfel aus Moskau weg? Oder? Moment, wenn du willst, Daniel von... Daniel, hast du irgendeine Schutzausrüstung? Ja, ja. In Gott. Hm. Alternative wäre wohl... Daniel auf Los Angeles suchen. Hm. Was macht doch nicht so viel Sinn. Ja, nee. Also, vier. Achso, Lagos ist schon voll. Na gut, ich habe auch ihn entgegen. Hm. Ich bin mir da ganz sicher. War der nicht sogar auf Nullkarten? Shanghai. Hallo, Heiner. Bagdad. Ja. Keiner. Das sind dann die Leichte. Eins. Ach, das sind alles drei, wir gucken. Eins. Ja, wahrscheinlich jetzt einfach noch Jakarta. Boussaka, oder? Ja. Ja. Zwei, drei. Vier. Akademie. Nein. Wie ist denn? Ich kann einen Bioschitz dazu? Ach, hier soll ich denn das. Oh, und du ziehst das ein Formel, den Dingster irgendwas. Oh, du kannst fast schon in das Heil. Blau. Da fehlt noch eine blaue. Und vor allem kann ich die dann, wenn ich die abwerfe, kann er sich die nehmen. Hm. Hm. Wenn nichts damit macht. Doch, hier zum Suchen gehen. Ah, suchen könnte er ja mit, stimmt. Und Montreal und Mombau rein. Die sind nur alt, nicht blau. Also nicht per se, nicht mehr blau. Nicht die blauen Lüftel. Dann möchtest du eine Drohne in Eskorte haben. Oder deine beiden gelben abwerfen. Ich war ja fast für die gelben abwerfen. Das macht das Spiel ein Tick spannender. Hm. Und bleiben die Drohnen? Ja. Das wird mir nicht gewohnt. Ja. Was macht er denn mit der vierten Aktion? Der kann ja nicht mehr. Sollte auch, hatte ich. Ich traue dir mit dir heute das Fernglas zurück. Du kannst deinen Quarantänemackel hier erlegen. Ich glaube, Fernglas ist so cool. Oh Gott. Das ist auch eine gelbe, ne? Das ist gar nicht dumm. Nee. Ah. Unser schöner Plan. Mein Freund. Über Bio-Schutzanzug zurückkleben? Darf man das? Wenn man es darf, ja. Ich bin Bio-Schutzanzüge. Nee. Wir sind nützlos. Ausrüstung. Nein. Nicht erlaubt. Scheiße. Es steht dort, jede kann gerade nur einen Sticker haben. Ich behaupte mal, das heißt auch übereinander. Nur ein Sticker? Ja, es ist kein Verbot. Was sagt unser Mann halt? A, was gebrochen ist? Nee, ne? Und B. Wenn wir deine Mandanten wären und nicht die Gegenseite? Ich würde trotzdem sagen, das heißt nicht überkleben. Du verdienst zu viel. Oder zu wenig. Ich weiß nicht. Eine von diesen beiden Optionen hat dafür gesorgt, dass ich durch die erste Klausel durchgefallen bin. Aber die ist schon eine Weile her, oder? September. Oh. Ich schreibe sie im Mai nach. Dann schaffst du es. Mann, die Aufgabe war aber auch fies. Was haben wir gekommen? Also ganz kurz, ich würde jetzt trotzdem die Gelbe überkleben. Einfach damit ihr da hinkommt. Aber er zieht doch gleich zwei Karten. Ja, aber dann ist ein Zug vorbei. Ja, genau, aber selbst wenn der Zug nicht vorbei ist und er reingeht. Aber wenn er nicht drin ist, kommt wieder keiner rein. Ach doch, du kannst... Du kannst ja auch trotzdem mit der anderen durchsuchen. Und er kann sich die Gelbe Karte wiederholen. Das ist seine vierte Aktion. Du wirfst eine Gelbe Karte ab, holst sie wieder. Ja, mach das. Und so eine Drohne ist auch realistisch, dass man sie wiederholt. Was war die Aufgabe? Hans, du hast die Architekten A und C. Die haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Was machst du denn? Die Drohne ist zurückgekommen. Du musst dir nichts abgeben. Ach ja, stimmt. Und zwar haben sie sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, um die Startberechnung bei einem Parkhaus zu machen. Suchen, dafür brauche ich aber Karten. Das ist dann jetzt Nummer 10. Vielleicht können wir ganz kurz... Beide, ne? Ne, beide, oder? Wir machen beide. Und so eine Gelbe? Wie war es denn? Weil er dann ja nächstes Mal... Dann holt er sich's ferngelassen wieder. Er kann halt ein bisschen öfter... Also es bringt uns mehr gerade. Ach so. Und wenn's eng auf eng kommt, kann er die immer noch abwerfen. Aber die kann er ja auch zurückholen. Ja. Er kann die ja zurückholen. Aber das ist halt eine Aktion weniger und die kann er ja immer abwerfen. Das ist jetzt nicht so, dass wenn er die abwirft, dass wir das sofort erreichen. Ja, irgendwie aus. Also, eins, zwei, drei... In einer Arbeitsgemeinschaft zusammengetan haben. Um die Statikberechtigung fremd arg auszumachen. Sie haben dabei vereinbart, dass jeder Eigenverhandlung, die es für eigene Gebäude teilt und das Honorar geteilt wird. Sie wurden dafür beauftragt von der Firma GGMBH. Die GGMBH wiederum untersteht dem Bauherrn Johannesburg, dem Bauherrn B. Die Arge aus A und C tritt dabei als Subunternehmer der GGMBH auf. Nun ist es so, A hat sich verrechnet. Der Architekt. Der Architekt A hat sich verrechnet. Infolgedessen bilden sich Risse in der Parkhausdecke. Als Ben will den Schaden beseitigt haben, sagt die GGMBH. Da ist gefälligst die Arge für zuständig. Das ist nicht unser Problem. Wir machen da gar nichts. Also lässt der Bauherrn B. den Schaden selbst beseitigen auf eigene Kosten. Für 300.000 Euro. Frage 1. Hat er einen Anspruch auf Rückerstattung der Kosten von A, C oder der Arge? Frage 2. Hat er einen Anspruch auf Rückerstattung der 300.000 Euro gegen die GGMBH? Abwandlung. Angenommen, A hätte gezahlt, hat er einen Ausgleichsanspruch gegen C? Jetzt, Frau verstehe ich nicht. Also meine rechtliche Mütter auf der Antwort wäre, er hat Anspruch von seiner Mutter, ganz klar. Und ansonsten nur gegen die GGMBH. Ja, das ist auch die absolute korrekte Antwort. Ah, cool. Aber ich wäre trotzdem noch nicht bestanden, weil ich das bestimmt in ganz vielen Paragraphen begründen muss. Verständlich. Du musst erst einmal begründen, warum es keine Ansprüche gegen A, C und die Argen gibt. Ja, das habe ich immer gehasst im Recht. Und da habe ich vollkommen versagt. Weil ich habe das nämlich gesagt, der Schaden am Paragraphen ist ein eindeutiger Eigentumsschaden. Und für den war das Verrechnen von A adäquat kausal. Für diesen Eigentumsschaden. Darum ist A nach 823 schadensatzpflichtig. 823 BGB schadensatzpflichtig. Aber gegenüber der GGMBH? Nein, gegenüber B, dem Bauherr. Ja, gegenüber dem Bauherr A. B. C, A ist der Architekt. Der ist gegenüber dem Bauherr. Aber A hatte den Vertrag mit der GGMBH. Ich mache es ja immer so. Aber wir reden ja auch gar nicht von einem vertraglichen Anspruch, sondern von dem deliktischen Anspruch. Ah, okay, gut. Aus 823. Das Problem ist, den gibt es nicht. Nach der A-A-A-Sicht. L.A. Kommt keiner mehr rein? Ich habe jetzt einen Fallschirm. Cool. Atlanta kommt auch keiner rein, das ist blaues. Ja, das ist... Hatten wir ja die Epidemie, ja? Ein Fallschirm für die Fallerfälle. Du, Hansburg, zack. Osaka. Ich hätte mich nur Lust, wenn ich sowas nicht mache. Wir sollten mal eine Krankheit teilen. Ja, ich tricke auch keine Cola, weil keine da ist. Also, mir fehlt ein blaues. Aber gerade für blau brauchst du nicht wirklich dieses super Ding. Weil blau haben wir tausend von Karten. Dann wähl mir zwei schwarze. So, ich habe zwei rote und zwei blaue. Aber ich habe einmal eine andere Idee gerade. Eins. Zwei. Kannst du vorher... Nee, wir haben keine Gläser mehr. Nein. Außerdem war ich gerade in Moskau. So, wie geht es jetzt weiter? Also, unsere Suche ist ja relativ wichtig gerade, deshalb... Na gut, die Partie hat er noch mal viel vor. Weiter geht's. Wo waren wir? In Montreal. So, wir haben gerade irgendwie an York und Moskau ein bisschen gerettet und jetzt geht alles kaputt. Ja, wahrscheinlich. Aber wir haben zumindest schon ein bisschen gesucht. Und mit unserem Plan, wir schaffen noch mehr zu suchen. Ja, definitiv. So, ich habe auch sieben Karten auf der Hand. Warum hast du so viel Gelb? Wieso hast du so eine bunte Mischung? Ja, weiß ich auch nicht. Das sieht ja Strom. So, warum hast du eine Maske auf? Sollen wir uns zurückziehen? Bis dann. Meine... Ja. Ich würde sagen, ich heile mal ein bisschen rot. Ja. Eins, zwei, drei. Ja. Mit Fernheilung. Mit Fernheilung. Ja, so ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier. Auch nicht viel mehr als jeder andere konnte. Einfällt mir. Ja. Washington, Shanghai. C4 Sprengstoff. Wie viele Karten hast du? Acht. Eine musst du abwerfen. Zum Beispiel die gelbe. Ungerne. Ach, ist es die? Ja, da nicht. Dann wird es wohl rote oder schwarze. Also rote vermutlich. Oder? Ich habe keine rote. Ich habe zwei rote. Wir brauchen hier vier. Da denkt jemand an nicht. Die Kohle denkt er nicht. Wie viel schwarz hast du? Zwei. Dann würde ich tatsächlich eine schwarze abwerten. Und dann fahrt's ab. Oh, rot. Oh, meinetwegen. Also ich könnte blau heilen. Erstmal ziehst du dann die... Naja, würde ich noch nicht machen. Jetzt machst du mal keinen Unterschied. Ja, ich würde es ja auch lieber für eine andere Farbe aufheben. Warte mal, dann ist... Wer hätte es die rote behalten können und blau heilen? Das wäre die einzige Überlegung. Die rote behalten und blau heilen? Ne, blau heilen, bevor du abwerfen musst. Achso. Aber ich würde es auch für eine andere Farbe aufheben. Das ist aber ehrlich gesagt nicht so dumm, weil dann habe ich eine rote mehr... Also zwei rote. Zwei rote. Du hast vier. Mhm. Das hat keiner mehr als zwei, oder? Und wenn wir dir irgendeine blaue Karte geben, hast du eine schwarze oder rote? Lass mal so. Wir haben Lagos und New York. Das war knapp. Ja. Gut, okay, Meister. Eins. Eins. Wollen wir jetzt für die Drohnen-Eskurte? Hm? Ich nehme das wieder die falsche. Dann gib die Drohnen-Eskurte wieder her. Ja. Eins. Genau, das wären wir. Zwei. Vielleicht möchtest du jetzt drei das Fernglas wieder nehmen und fiel die Drohnen-Eskurte? Ach gut, dass dann jetzt... Ich habe aus der Richtung gehört, das was er machen wollte und ich habe die Stimme kein komisch, aber... Woher siehst du die schwarzen? Was liegt hier? Wieso liegen hier zwei? Ich sehe mich. Ich weiß noch keinem dieser... Bagdad, Los Angeles. Leute? Ich glaube, die hätten einfach da hinten müssen. Soulfood und Manila. Manila ist nicht schön. Die hätten irgendwann ausgeteilt werden müssen. Bagdad und Los Angeles. Wir haben jetzt noch Lagos, Johannesburg. Das wird ganz schlecht im Forschung, ne? Wenn keine Epidemie mehr kommt, bist du dran bist, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Wir sind jetzt schon wieder so in der Variante, dass zwei Epidemien kurz nach hintereinander kommen können. Also du kannst in der nächsten Runde optimalerweise sechs forschen. Das schafft man diesmal. Kann er? Ja. Das braucht er vielleicht? Er hat das Fernglas und das Ding, das Abwerfen, drei. Also eins, erste Aktion suchen, zweite Fernglas, dritte gelbe Karte, vierte suchen. Genau. Und dann sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Damit kriegt er es, falls nicht zwei Epidemien passieren. Ja. Mit anderen Worten, ich lasse mich überhaupt nicht mehr für Miami. Ja. Juhu. Hast super gesucht. Du bist ja ein guter Soldat. Du machst Befehle. Gesucht und gesucht. Das Problem ist nur, dass Alex und ich vorher ziehen. Ja. Aber vielleicht zieht Alex eine ruhige Nacht. Haben wir eine ruhige Nacht? Wir haben keine Intention. Eins. Bei den Leuten, die uns hier auf der Auftrag haben, wäre kein Neuer. Also es geht, dass wir die mittelstreichen. Das stimmt. Eins. Zwei. Zwei. Ist auch wieder kritisch. Drei. Lager schaffst du nicht, oder? Von den drei schaffe ich genau eine. Oder vielleicht das irgendwo Treffen, dass wir was tauschen können. Ich habe Atlanta und Montreal. Ich ziehe die beiden. Ja. Ich schränke die Option ein. Schwarz langsam. Ich habe Kairo und Istanbul. Du hast keine Schwarz. Ich habe die Jahre in Moskau. Istanbul könnte eventuell... Ja, Moskau würde auch gehen. Ich habe Kairo und G. Ich habe vier Gelbe. Das heißt, ich muss welche abwerfen. Du bist doch Konkurrent zu ihnen. Ja. Hast du nicht irgendwas Sinnvolles? Lass mal überlegen. Was hast du denn? Blau macht gerade keinen Sinn. Rot habe ich nicht. Ich habe einen Falschirm. Der würde natürlich nützlich sein, wenn ich einen habe. Ja, aber nicht so gut nutzlich. Wieso macht Blau keinen Sinn? Naja, ich brauche noch eine Blaue. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, dass er da versucht, noch zwei zu kriegen. Könnte natürlich zufällig klappen. Wie viele Karten musst du abwerfen? Eine. Willst du den Falschirm abwerfen und ich werfe Lagos und Khartoum ab? Lass uns kurz mal mit Blau überlegen. Wenn ich dir noch eine Blaue gebe... Da habe ich drei Blaue. Dann könntest du dir Madrid holen. Ja. Aber welchen Sinn machst du das, dass er jetzt so viele Karten abwirft? Werfen du mir nur eine geben musst? Ja, ich müsste dir... Warte mal. Einer von uns müsste dir eine Blaue geben. Genau. Also Karten abwerfen, muss ich ehrlich sagen, mit den gelben Karten können wir uns nichts anfangen. Ja, ja, ganz klar. Das ist für mich... Das hast du nur noch. Zeig mal deine Karten. Ich habe einen interessanten Riyad, Moskau, Atlanta, Montreal. Ich fände es cool, wenn wir langsam auf Schwarz gehen. Ja, aber ihm Schwarz zu gehen bringt nichts. Er hat einen, ich habe zwei. Ja, dann hat er zwei. Ja, ich habe eine. Ja, das bringt wirklich nichts. Stattdessen aber hier, wenn du eine Blaue abwirfst, habe ich drei Blaue. Ich kann nach Madrid gehen, ich kann dich zu mir holen, du bist in Madrid, wir haben einen Blau. Und dann schiebe ich dich nach New York und wir haben Blau ausgradiert. Ja, das ist ja genau das, was ich als total sinnlos meine. Du kannst mich ja auch einfach woanders holen, gibst mir eine und dann haben wir Blau auch geheilt. Da musst du dir die Karten nicht abwerfen. Weil im Endeffekt, Geld bringt nicht viel, außer dass du es noch als Transportmöglichkeit hast. Also da im Zweifel würde ich auf den Fallschirm gehen. Aber er braucht eine Aktion, um New York einen rauszunehmen. Ja. Man könnte natürlich erstens überlegen, weil ich Washington auf der Hand habe. Mhm. Solange du mich danach nicht in Washington starten lässt, weil da bin ich einfach mal sinnlos. Nee. Er würde nach Washington gehen, würde sich Washington nehmen, würde dich nach New York schieben. Eins, zwei, drei, nee, drei, vier. Das wären seine Aktionen. Und damit wäre Blau geheilt. Und ausgradiert. Also komplett geheilt. Das ist natürlich dann trotzdem an einer Stelle blöd, weil dann habe ich die Schutzausrüstung abgeworfen. Ja, dann darf halt in Washington nichts passieren. Oder du ziehst halt eine neue. Sollen wir das einfach mal riskieren? Okay. Nur riskieren. Atlanta. Cartoon und Lagos. Du bist dran. Musst du den nicht erst noch da oben liegen? Hab ich den nicht schon gemacht. Ich will mir ein Ja. Du kannst gucken, Manila, Soul. Nee, hab ich nicht. Hast du Manila und Soul und Soul? Manila hat auf jeden Fall noch einen Marken im Leben, deswegen. Hab ich. Tokio. Oh, schöne Versuche. Moment, sag's. Ich hab's tatsächlich wirklich gemessen. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich ihn gemacht habe. Okay, also eins. Nein. Nein? Wasch nicht. Ah ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja. 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 Sehr schön. Da ist sie. Ah, aber ich habe die Taktik-Zentre. Ja, wie viel Zeit? Jeder Zeit. Ho-Chi-Min-Stadt. Krieg drei. Wir haben zwei, drei Ausbruchsjahre. Also wir haben Tokio als Problem, Lagos als Problem. Und Toch-Chi-Min-Stadt. Und ja. Was waren unsere Probleme? Tokio, Ho-Chi-Min-Stadt und Lagos. Was machst du da? Das ist die falsche Marke. Ja. Straßensperren. Ups. Lagos. Deswegen sind die jetzt gar nicht so stark. Ne, wir könnten halt Lagos komplett absperren. Auf der anderen Seite habe ich drei rote Karten. Ja, ich würde es einfach nicht machen. Wenn ich ehrlich bin. Ups. So, Marke ist eins vorgerückt. Wir eröffnen mit Manila. Und machen weiter mit Buenos Aires. Und das große Finale. Das hohe Feuerwerk startet in Mumbai. Ja. Wundervoll. Gut entschieden. So, das Problem ist jetzt hier. Wir müssen jetzt einfach mal auf gut Glück hoffen, dass Heiner keine Epidemie zieht. Ja. Denn sonst ist die Spur kalt. Und auch nicht Ho-Chi-Min-Stadt. Und wir sprechen von Heiner. Ich habe Springstoff. Selbstabwahrung. Genau, wir wollten das sowieso ohne Medic spielen. Wir haben ja gesehen, wie das klappt. Viele Partien ohne Medic gewonnen. Nein, nicht einer. Doch, eine einzige. Nimm das nicht. Alle anderen haben wir verloren. Nee. Warte mal. Also. Wir haben nur Februar, März, April. Mai war nicht dabei. April haben wir gewonnen ohne dich. Ja, es geht nicht darum, welche wir gewonnen haben, sondern welche wir verloren haben. Doch, es ist nur noch klar, dass wir die meisten gewonnen haben und nicht dabei haben. Egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, geschätzt, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Vierzehn. Vierzehn Partien von zwölf. Da habe ich dabei gewinnt. Okay, ich bin gerade sinnlos. Ich habe Madrid und Paris auf der Hand, wo ich hinfliegen könnte. Du hast mal dritten Partien, du könntest nach Madrid gehen und fast überall hinfliegen. Ja. Hast du einen Fall schon? Nein. Ich habe Sprengstoff. Ist gut. Ho Chi Minh Stadt kommst du nicht direkt hin, aber du könntest... Warum nicht? Was ist das für eine Stufe? Zwei. Ich könnte allerdings nach Mumbai. Oder nach Hongkong und dann nach Ho Chi Minh Stadt. Oder nach Mumbai. Oder von Akta daraus nach Ho Chi Minh Stadt. Weißt du, was der Unterschied zwischen Mumbai und Ho Chi Minh Stadt ist? Mumbai liegt diesem Stapel, Ho Chi Minh Stadt nicht. Ich habe einen Unterschied erkannt. Eins, zwei... Ich brauche ja nicht mal nach Ho Chi Minh Stadt. Genau. Das ist richtig in Hongkong. Oder nach Hongkong. Eins, zwei... Oder Hongkong. Zwei, drei... Und dann gehe ich nach Shanghai. Du oder so. Weil es mir Spaß macht. Und trotzdem bin ich in der Stadt, lass mal so, oder? Ja. Man trifft. Okay. Hongkong. What, what? Oh, oh, yeah! Miami? Jetzt! Was ist das für eine Karte? Ist mir völlig egal. Ein Bioschutz und so. Shanghai. Und? Montreal. Und noch eine. Osaka. Montreal, bitte. Einmal von New York, Nummer 3. Juchi. Ich brauche noch was, ne? Eine schwarze. Wir machen doch erst mal den Teil, wo wir rubbeln dürfen. Wir rubbeln doch so gerne. Und noch sind wir schon in einem Paket 7 aufmachen. Vermutlich. Nein, garantiert. Gieß dir die Virologenkarte durch. Ja, wenn wir das zu Zeug haben. Aber wir wissen noch nicht, ob das hier draufsteht. Okay, okay. Eins. Eins. Nein, die musst du beide zurückkriegen. Zwei, drei. Vier. Erste Aktion. Schneller. Zwei, drei. Vier. Jetzt reicht's. Ganz knapp bekommen. Ach, da war doch noch Luft. Jetzt kommt eine Epidemie. Ne, wahrscheinlich. Ja, aber jetzt ist es okay. Jetzt brechen alle Schüttel, was die durch ausgebrochen sind. Sie haben Panik bekommen. In allen Städten brechen er doch schon aus, ja. Oder lege in jeder Stadt den Marker um eins höher. Oh, der hat mir hart verbringt. Ja. Und deshalb gibt's auch noch den Dezember. Für die Leute, die es nicht aufschaffen. Zehnen wir gerade im November. Das ist ja noch ein, 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 ein Vorzeitszeit in der Birensamen. Wir sind im Oktober. Wir machen jede Menge Zeit. Aber jetzt dürfte viel passieren. Es lässt mich nicht los. Ich sehe alles noch vor mir. Alles. Sie kamen im Dunkeln, packten mich und zerrten mich irgendwo hin. Dein seltsames Gefühl. Und Soldaten, die... Ihr müsst mit dem Soldat reden. Er war dabei. Redet mit ihm. Redet mit ihm. Ihr habt nun eine DLS-Probe von Koda. Mit den Soldaten haben wir schon gesprochen. Das klingt so, als wenn wir ihn nochmal füllen müssen. So, Gen-Sequenz. Haben wir von der Biologie. Check. DLS-Probe. Haben wir gerade bekommen. Check. Laborakten. Sind da hinten irgendwo. Check. Check. Öffnen. Wenn ihr alles habt, was der Immunologe braucht. Ja. Jetzt können wir gleich Geld peilen. Oh Gott, wird das wieder viel. Das ist ein Paket mit Karten. Ein Paket mit Paket. Und... ...eine weitere Gebäudeart und Löffner-Zeugs. Boah. Und ein neuer Charakter ist hier drin. Du spoilerst. Ja. Eins nach dem anderen. Vertraulich. Oh Gott, ist das viel. Der Impfstoff wird. Endlich. Nach dem Verlust vieler Menschen hin, wurde eine Formel gefunden, mit der CODA gestoppt werden kann. Die Zeit für Quarantänemaßnahmen und halbe Sachen ist vorbei. Neuuuun. Es ist Zeit, diesen Impfstoff zu produzieren und die Menschheit damit zu versorgen. Bevor es zu spät ist. Zerreißt jetzt die Aufgabe schnell. Mit sieben Ballon-Ausstoßstätten unter Quarantäne. So, als jetzt die Quarantäne. Okay, damit können wir hier wieder nur die Aufgabe mit den zwei Militärbasen erfüllen. Ja. Und dann... Ne, es muss eine neue Aufgabe dazu kommen. Ja, es sind noch zwei neue Aufgaben dabei sogar. Aber erst einmal Y. Y. Also wahrscheinlich alles, was wir noch nicht aufhalten. Impfstofffabriken. Das sind die hier vermute ich. Baue eine Impfstofffabrik in einer Stadt mit Panikstufen 0 bis 1. Gut, dass wir noch ein paar davon haben, dass Europa so abgespannt ist. Gewählt eine Stadt in Aufruhr, wird die Fabrik mit eindeutigen Impfdosen zerstört. Impfstofffabriken produzieren in jedem Zug Impfstoff und ermöglichen Sonderflüge zwischen zwei Fabriken, sowie Fabriken und Forschungszentren. Cool. Ups, die lauhe. Ich glaube, das kommt unter Gebäude. Wahnsinn. Ja, das ist ganz schön. Das ist ein Gebäude-Sticker. Weiter geht's. F. Nein. Ich nehme zurück, was ich eben gesagt habe und wiederhole es jetzt nochmal. Weiter geht's. Na, mich wird's leer. Ich hätte nicht gedacht, dass man aus Pandemie so ein komplexes Spiel machen kann. F. Sonderflüge können auch zwischen zwei Impfstofffabriken, sowie Impfstofffabriken und Forschungszentren stattfinden. Ja, Q. Ich bin für T. Und O. Kommt später. Kommt O auch? Ja. Sehr gut. Q. Impfstoff produzieren. Lege nach dem Ziehen und vor den Infektionen eine Impfdose neben jede Impfstofffabrik auf den Spielplan. Geht der Vorrat an Impfdosen zu neige, entscheidet ihr, welche Impfstofffabriken noch Impfdosen bekommen. Hm. Das passiert... Da. Nach dem Karten Ziehen. Lass die Seite gleich offen, du gibst die beiden auch ein. N. N. Impfdosen nehmen. Nimm beliebig viele Impfdosen von einer Impfstofffabrik in deiner Stadt und lege sie auf deine Charakterkarte. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir das gleiche auch nochmal auf die ganzen Aktionsdinger kleben dürfen? Und O. Impfen. Entferne eine Impfdosis von deiner Charakterkarte und entferne eine erloschene Gestalt aus deiner Stadt oder klebe einen Geimpft-Sticker zu deiner Stadt, wenn sich dort keine erloschene Gestalt befinden. Du kannst auch nicht erloschene Städte impfen, um zu verhindern, dass erloschene Gestalten dort hinkommen. Oh, das ist gut. Zodiac greift ein. Für jede Militärbasis in der Region deiner Stadt musst du eine zusätzliche Aktion aufwenden, um zu impfen. Okay. Zerstört sie. Zerstört sie. Damit ist Asien gerade blöd. Ja. Da haben wir jetzt schon zwei und gleich drei. Ja. Straßensperren. Ja. Ja, das hilft uns, um nichts zu Militärbasis zu trotzen. Und damit? Ja. Moment, erstmal. Das hier ist leer. Das ist jetzt vier. Ich tippe darauf, dass das jetzt die Aktionsgeber sind für die Karten. Nee. Geimpfte Städte markiert. Geimpfte Städte mit diesen Stickern. Damit ist das ja auch leer. Dann kommt Tee. Erlosch und Gestalten werden niemals in geimpfte Städte platziert. Würfel hingegen schon. Ich dachte, die sind geimpft. Gegen alles. Zehn. Moment, das ist ja auch leer. Ich glaube, du machst die Dinger gerade leer. Deckt ihr eine geimpfte Stadt auf, werden dort in keinem Fall erloschene Gestalten platziert. Die Karte zählt dennoch zu den neuen, zu infizierenden Städten. Hier ist quasi ein Lernsinhaber. Jetzt aber die Aktionskleber, oder? Nein, Narben, Nadelfobie. Du kannst die Aktion Impfen nicht aufführen. Resigniert, du kannst keine Stadt mit Impfstofffabrik erreichen und keinen solchen bauen. Feuerphobie. Du kannst die Aktion Sabotage nicht ausführen. Was war das? 34? Ja, 12. Jetzt aber. Ja, jetzt müssen wir einmal gehen. Was sind jetzt die Boden bei Spielende? Ah, Fortschritte bei Spielende. Ja. Startimpfstofffabriken und zerstörte Impfstofffabriken. Ja. 11? Ich will keine zerstörte Impfstofffabriken. Ja, es wird jetzt alles ziemlich eher. Oh, neue Ausrüstung, Sprühnebelgeräte. Wirf beim Impfen diese Karte ab, entferne mit einer Impfdosis alle erloschene Gestalten aus der Stadt und impfe die Stadt. Geil. Geil. Und 32. Ist hier noch irgendwas drauf? Nein. Damit haben wir gleich alles außer der ominösen Box 8. Bioreaktor. Wirf diese Karte ab, eine beliebige Impfstofffabrik produzierte drei Impfdosen auf einmal. Das waren die ganzen Geheimnisse hier raus. Ja. Wir gucken gerade mal bei den Stickern hier. ob irgendwo noch was fehlt. Also jetzt wird das Spiel langweilig? Nein. Weiter geht's. Neue Aufgabe. Es stehen drei Impfstofffabriken auf dem Spielplan. Aufgabe 6. Impft sechs erloschene Städte. Seid ihr erfolgreich, zerreißt diese Aufgabe am Ende des Spiels. Aktionen. Ah. Die haben jetzt das ganze Impf noch auf eigene Karten gemacht. Das finde ich nett. Muss man das wieder kleben. Und ein neuer Charakter. Der Immunologe. Ha. Auf den wir Gebasis haben. Beim Impfen darfst du mit einer Impfdose das aller erloschenden Gestalten aus deiner Stadt entfernen. What? Einmal pro Zug darfst du die Aktion Impfen für eine direkt verbundene Stadt ausführen. Okay, Haida, ich glaube, das ist ein... Haida, der Sonitäter wird zum Immunologen bestarrt. Dann will ich die Karte, dass mein Charakter während des Spiels ändern darf. Ja, aber auch das ist eine Subvention und wir kriegen kein Geld. Wow. So, das war der letzte große Twist. So, das wissen wir noch, Kärtchen. Aber keine Sticker mehr. Ja, aber da könnten trotzdem noch böse Twists dabei sein. Ja, es sind noch recht viele Karten da. Wir haben auch noch zwei Swallow-Monaschen. Ja. Aber jetzt kommen erstmal die Karten, was verseucht wird. Ne, die hier. Das heißt, wir können noch Packung 8 öffnen. Ja, was war gerade im Moment? Wir haben den Soldaten gefunden mit allen vier Aktionen. Mit allen vier Aktionen. Also legt die nächste Epidemie auf. Die Patienten will um sein. Soul und... Okay. Du könntest fast rot. Wenn du nicht der unnübste Soldat wärst, der uns gerade gerettet hat. Sollst du jetzt nicht alle ziehen, die du da hattest? Ja. Doch, doch, Claudi. Eine Maske. Und? Lagos. Boom! Okay. Lagos kriegt er eins. Das war knapp. Boah, war das knapp. Wie baut man irgendeine Fabriole? Einfach so? Ja. Wie du auch... Nein, wie du alle Gebäude baust, du wirst eine Karte in... Du wirst die entsprechende Stückkarte anbauen. Der Ingenieur konnte, ähm... Nur Forschungszentren bauen in der deutschen Fassung. Ja. Can we play it in English? No understand. I must... Darf ich mich gereinlich in den Englisch kommen? Ja. Sehr gut. Can we play it? Can we play it? Can we play it? Na ta kalam min al-arabiyya? Das heißt, glaube ich, genauso richtig wie meine Aussprache, oder? Ja. Ich glaube es auch. Na ta kalam... Ist das auch das richtige Verb? Wir glauben es dir einfach. Also wenn du da... Doch, das ist das richtige Verb. Das ist sogar richtiger als meine Aussprache. Na ta kalam... Ja, ich glaube nur al-arabiyya würde machen. Ey, aber wir spielen das jetzt hier auf Englisch, du kriegst du was? Ich kenne nur noch al-arabiyya. Ich bin dran. Das ist al-arabiyata. Ach, scheiße. Bin ich dran? Ja. Wo stehe ich denn? Ah. Wir hatten doch gerade schon geplant, wie wir ganz viele Sachen heilen können. Wir brauchen eine Hilfstofffabrik. Und wir müssen rot und schwarz. Ich brauche entweder zwei schwarze oder eine rote. Er hat viele rote. Ja. Ich brauche auch eine rote. Dann finde ich lieber die rote. Ja, du brauchst eine rote und du brauchst zwei schwarze. Hm. Riyadh und Moskau. Oh, du hast Hongkong und du stehst gerade in Hongkong. Ja, für dich. Ich liebe dich. Dann ist nur die Frage, wie kriegen wir noch eine schwarze zu einer? Eine zweite schwarze. Na, wenn du eine... Also du kriegst von mir eine. Du kriegst von mir eine und du hast keine schwarze. Ich habe Karachi. Du hast Karachi. Wo wirst du am Ende deines zugestehen? Welche schwarzen hast du? Also ich stehe so, dass wir es schaffen, weil es zu heilen, wenn das irgendwie geht. Ich habe Moskau und Riyadh. Riyadh steht neben Karachi. Wie viele Ausbrüche können wir uns noch leisten? Eins, zwei, drei. Wie viele werden wir noch haben? Montreal ist blöd. Niemand kann halt nochmal kommen. Und... Ja, was meinst du? Ja. Tokyo. Ja. Tokyo finde ich in Ordnung. Mumbai, Moskau. Also jeweils ein Ausbruch. Wir haben jetzt gerade noch nichts, was zieht. Was sich natürlich schnell ändern kann. Was wird denn gesagt, es kommt bald eine Epidemie, oder? Ja. Die Frage ist... Moskau, Mumbai, Mumbai. Das heißt, es gibt tatsächlich eine schwarze. Wir müssen drei Aufgaben füllen. Ja. Eine haben wir. Haben wir. Impf, sechs, erlösen. Das heißt, es gibt auch eine des Spiels. Das heißt, drei Heilmittel müssen wir sowieso und dann zwei Militärbasen sabotieren. Es empfiehlt sich sowieso eine in Asien. Also es empfiehlt sich jetzt dringend, die Militärbasen zu zerstören. Das ist halt die Frage, welche. Aber Asien, erstmal eine weg, ist gar nicht so verkehrt. Also ich kann mit einer Aktion auf jeden Fall eine Militärbasis kaputt machen. Aber in Johannesburg? Oder? Aber in Johannesburg ist es kaputt. Nee, kann ich nicht. Nicht die in Bagdad. Ich könnte nur die in Bagdad kaputt machen. Ja, die würde ich gerade nur stehen lassen. Kannst du aus Moskau oder Mumbai noch was rausnehmen? Ja. Lass uns mal kurz überlegen, ob wir drei es empfiehlt zu heilen und dann musst du zwei Militärbasen. Okay. Also ich gebe dir Hongkong, dann hast du genug, oder? Ja. Und dann habe ich genug. Ich komme nach Hongkong. Eine Aktion mit dir, zwei. Um Hongkong zu kassieren und dann kann ich dich irgendwo hinbewegen, wo du... Na, so einfach ist das nicht. Wir müssten beide nach Karachi. Das geht auch mit einer Aktion. Mit den verbleibenden zwei Aktionen gehen wir nach Karachi. Dann kriegst du in deiner Runde von mir die Karte. Kommen wir beide nach Karachi? Das ist ja schon, du hast das drauf her. Warte. Du hast die gleiche Karte. Ja, wunderbar. Du kommst zu mir nach Hongkong. Genau. Nimmst dir Hongkong, gehst nach Karachi, holst ihn zu mir. Nach Karachi sind vier Aktien. Du nimmst der Karachi, gehst nach Riyad, nimmst du Riyad. Drei. Gehst nach vier Bagdad, reicht nicht. Fehlt eine, oder? Ja. Eins, zwei... Also wenn jetzt die eine fehlt, brauchen wir das mit der, mit den Tauschen jetzt auch nicht machen. Dann finden wir vielleicht was Sinnvolleres. Also wir können auch hoffen, dass ich eine rote Karte ziehe. Weil wenn ich eine rote Karte ziehe, kriegt er sie sofort. Ja, das stimmt. Das ist doch so viele Karten. Musstest du da keine abwerten? Nein. Zähl nochmal nach. Sechs. Also ich zähl. Also du darfst doch nur fünf auf der Hand halten. Warum haben wir ihm nicht die Narbe gegeben, dass er Karten abwerfen muss? Warte mal, hattest du noch eine Aktion am Ende? Nein. Doch, du wolltest doch nach Bagdad fliegen. Wollte er. Ja, wollen kann er viel, aber... Du hast gar keine rote, oder? Nein. Das Problem ist, wenn du jetzt eine Rolle ziehst, ich kann sie nicht aufheben. Ja. Shit. Hm. Auf was spekulieren wir? Spekulieren wir jetzt schon auf eine Epidemie? Ich würde mit einer Epidemie rechnen. Ja. Manila, Buenos Aires. Dann lass uns... Also wenn du jetzt irgendwas noch verhindern kannst, das wäre ganz gut. Ja. Also ich mach auf jeden Fall eins, zwei, drei. Ich denke mal, du wirst ja irgendwo schwarz hinfliegen wollen. Das heißt, auf ihm habe ich schwarz. Halt eine Runde länger. Wo hättet ihr gerne diesen Marker? Ich könnte nach Mumbai liegen. Vorteil... Ich würde gerne Lagos. Ich könnte nach Montreal auch liegen. Dann wird New York nicht betroffen. Das ist tatsächlich besser, ja. Hier nochmal neutral. Vier. Epidemie. Deine rote Karte. Aber die ziehst du das nach der Epidemie. Ja, genau. Aber die nützen uns auch nichts, weil er nichts abwerfen kann. Mann, was seid ihr denn für Konkurrenten? Ja, ich weiß schon, warum ich besser bin als Jan. Essen. Sehr angenehm. Essen interessiert uns nicht. Äh, mischen. Vielleicht ziehst du Essen. Ich würde gern Essen und Moskau ziehen. Hm. Vor allem den drei. So, das ist in Ordnung. Jetzt essen wir in Moskau. Lagos. Boom. Und... Oh, einer. Manila. So, Moment. Lagos, Halt aber... Oh, Mist. Rome. Ich würde ja jetzt darauf spielen, irgendwelche Städte zu impfen, aber das ist alles nicht unser Spielstil. Jetzt kriegen wir das ja nicht mehr hinzeitlich. Ja, das stimmt. Hallo, Heiner. Hallo, Rot. Wir haben es noch nie geschafft, Schwarz auszupfen. Nee. Äh, ich wollte schon immer mal nach Karachi fliegen. Heiner, du wolltest mich doch in Karachi besuchen. Ja, sehr klar. So. So eng, ey. Bist du überhaupt noch dran? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Locker. Dann haben wir den Ausbruch hochgezählt. Ja. Gut. Das heißt, er ist auch... Du hast gerade gezogen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du bist sogar noch mal dran. Und noch zweimal. Letzt an, Leute. Es sind noch zwei Epidemien drin. Willst du von ihm eine schwarze Karte haben? Ja, eigentlich hast du da schon gezogen? Nee, es sind drei Epidemien drin. Aber hast du da oben schon gezogen? Ah, hier hast du noch nicht gezogen. Was? Oder? Ich glaube nicht. Bei mir war die... Hier sind drei Karten, ja. Ja, dann ist es richtig. Bei dir war die Epidemie, jetzt kriege ich noch drei Karten. Wieso ist Lagos ausgebrochen dann? Weil du das gezogen hast. Weil du Lagos habe ich Lagos gezogen. Ja. Mit der Epidemie? Ja. Das sind die drei Karten von deiner Epidemie. Richtig. Er zieht eine eigene. Essen? Ja. Interessiert uns nicht. Buenos Aires? Interessiert uns nicht. Ja, das sind es auch nicht. Sao Paulo. Nein, Moon Bay. Boom. Ausbruch. Interessiert mich nicht so sehr. Okay. Chennai, Delhi und Calcutta. Wir müssen doch unbedingt schwarz sein und zwei dieser Dinger zerstören. Wir müssen auf jeden Fall verhindern. Wir müssen auf jeden Fall schwarz sein. Eins. Du hast nicht zufällig Moskow da? Ich habe zwei Aktionen, deswegen denke ich, das war meine zweite Aktion gerade. Was war die erste? Karachi nehmen. Nee, das hast du schon genommen. Gut. Zwei. Wir können jetzt nach Moskau laufen. Also du musst auf jeden Fall Ende der Runde in Moskau stehen. Nee, muss ich nicht. Oder die Karte von mir haben. Ist total egal, weil er möchte bestimmt gleich nach Bagdad oder Calcutta fliegen. Ja, stimmt. Oder ihr könnt es dir in Bagdad geben. Na ja, wenn er nach Bagdad fliegt, nehme ich es mir einfach. Ich weiß nicht, ob du nach Bagdad oder Calcutta fliegen möchtest, aber ich habe so das Gefühl, du willst das. Ach, du kannst, du hast noch Karten übrig zum Abraffi dann? Ja. Zum Beispiel C4-Sprengstoff oder Bio-Sprengstoff. Ja, dann kannst du jetzt noch Bagdad. Oh, C4 ist gut. Ich gehe doch mal nach Bagdad. Na ja. So lange du da mit Bagdad in Höfst hast. Hm. Hm, hm. Du kannst die Drohnen aufnehmen. Hm? Der kommt doch gar nicht da weg. Ohne Drohnen. Der kommt doch nicht weg. Kommt der mit Drohnen da weg? Warte, er kommt aus der Stadt. Aus der Stadt rauszukommen kostet nichts. Genau. Nur reinkommen kostet extra Karten. Hm. Keine Direkt- oder Charterflüge von oder dort. Aber er kann nach Bagoutta. Okay, also du gehst einfach eins weg. Eins. Dann fliegst du nach Bagdad. Zwei. Ja. Okay, zwei, drei, vier. Ich will nicht. Hm. Oh ja. Ein Fernglas. Und die Epidemien? Nein! Sie kommen. Hier, ne? Änder da. Eben. 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 Erstens. Man muss nur noch zwei Karten abwerfen. Stimmt. Was hast du? C4 Sprengstoff? Hat er ja. Hast du C4? Ja. Hast du... Mir ist nicht fast nichts. Die hier Schutzanzug. Soln, Taipei. Ich will den Schutzanzug voll hier nicht. Taipei. Was machst du? Musst du noch einen abwerfen? Ich habe zu viele Karten. Moment. Moment. Du hast doch so viele Karten. Wie weit können wir zurück machen, ohne irgendwas? Was hast du bis jetzt schon gemacht? Du hast schon hier gezogen? Ja. Ja. Was wollte ich da denn machen? Wenn du aus irgendeinem Grund eine Karte abwerfst, kann er zwei Karten abwerfen, um sie zu nehmen. Ich weiß. Unter anderem Bagdad. Wenn er Bagdad abwerft, kannst du zwei Karten abwerfen, um er Bagdad zu nehmen. Ich werfe da gerade Karten ab. Kann er doch jetzt machen. Ja genau, aber das hättest du in deinem Zug machen können. Und vielleicht hat es dann eine Möglichkeit gegeben, um das noch zu heilen. Aber jetzt ist es zu spät. Aber wäre es so oder so nicht gegangen? Vermutlich wäre es zwar ziemlich gereicht. Aber wenn du jetzt Bagdad abwerfst, dann kannst du zwei Karten abwerfen, bist unter deinem Limit. Und hast Bagdad auf der Hand. Ja, wirf doch Bagdad auf jeden Fall mit ab. Ja, ich muss ja so oder so jetzt... Ja, du hast jetzt mal eine Karte ab. Du hast eine Karte abgenommen, das ist schon keine C4-Sprengstoffe. Möchtest du den C4-Sprengstoff? Bitte Bagdad mit abwerfen. Und jetzt wirst du zwei Karten ab, um dir Bagdad zu nehmen. Oh ja, das finde ich ein guter Plan. Ich mache Bagdad. Dann müsstest du eigentlich raus sein aus der... Eine Karte mit auf Sitzstimme. Und dann siehst du deine drei Karten und da gehörst du sie in den Ruinen, weil du mir jetzt Kinshase zum Explodieren bringst. Aber nur, weil du das so willst. Moskau passiert nichts. New York passiert nichts. Doch, New York passiert nichts. Das ist eigentlich nichts passiert. Das ist geheilt. Mach dir auf. Und bloß einschlaß, es passiert fast nichts. Ja, würde ich schon mal sagen, mach das erst mal nach. Das ist Skullziehen. Okay. Leute, ich habe schwarz. Ich möchte, ähm... Hier, über meine Arschung. Genau. Vielleicht möchtest du Ho Chi Minh oder so zerstören? Oder Tokio. Oder Tokio. Tokio ist besser. Ja, Tokio. Flieg mal nach Tokio. Ich muss nicht mehr zu dir, ne? Nee. Klar, ist ja geil. Tokio? Zwei. Zwei. Kommt er, doch kommt weg, ja. Drei. Ja. Und, ähm... Ich habe das Gefühl, er möchte jetzt nach San Francisco laufen. Kann Tokio noch etwas passieren? Dann würde ich vielleicht noch einen Karateinamacher legen. Ja. 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 Finde ich auch besser. Finde ich auch. Finde ich auch. Ich vergesse mal wieder, das zu stehen bleiben kann. Mit wem hat der Logistiker? Stimmt. Da kann er auslösen. Da oben ist nur das große Paketaufkleber. Ist bei dem dabei. Und wieder weiß der Logistiker, wo alles ist. Ja. Das ist ja doch der Logistiker. Also wenn Logistiker jetzt Afrika noch ein bisschen heilen könnte. Und vier. Richtig? Correcto mando. Wir dürfen keine einzige Afrika-Tate ziehen. Au. Wiesn fast egal. Nach einer Würfel. Tokio Gut gewählt und HojSC 10% So, jetzt kommt unser Quarantäne-Spezial. schafft er es auf merkwürdige Weise überall was hinzulegen? Weißt du, ich habe so den Verdacht hier, wir könnten aus einem ganz anderen Grund verlieren, bevor du dran bist. Oh oh. Nee, wenn nichts ausbricht? Wenn irgendwie einer von uns nochmal die Epidemie zieht, bevor er dran ist und dann eine gelbe Karte kommt. Wenn die gelbe Karte kommt, ist es vorbei. Nee. Wenn dann die gelbe Karte kommt, dann haben wir drei Karten. Und dann haben wir wieder eine Chance, dass wir von denen alle ziehen. Also solange es aussehen, habe ich den Eindruck, dass es einigermaßen werfe ist. Das Problem ist halt, ja. Okay. Wo soll ich Karte hier eine Marker hinlegen? Wie viele hast du? Hier? Sagen wir drei Stück. Je nachdem, wo es liegt. Was Afrika? Was haben wir Angst? Vor Afrika. Mal, welche von den dreien sind denn noch im Stapel, die jetzt gezogen werden? Also, in diesem Stapel hier sind Los Angeles, Krise. Johannes Ivers, Krise. Johannes Ivers wäre schlimm. Und Lagos wäre schlimm. Krise. Okay, aber das heißt, wir können... Es ist eigentlich scheißegal, welche von denen gezogen werden. Wir können jetzt diese drei noch ziehen, die jetzt noch nicht im Stapel sind. Hatten wir die jemals vorher gezogen? Also waren die hier überhaupt drin? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Okay. Wie viel... Wir können uns noch einen Ausbruch leisten. Ja, weil wir haben halt die Chance, dass wir keine Epidemie ziehen. Wir können keine zwei Ausbrüche verhindern. Nebeneinander. So, wir können auch in Afrika keine Straßensperren mehr errichten. Ja. Auch nicht. Weil keine Militärbasis mehr da ist. Die haben wir hintergebrannt. Ja. Wo stehst du? Brenn die Basis in der Straßensperrenbauer. Ach, verdammt. Haben die keinen vernünftigen Wort? Schlimm, ne? Ich kann auch zwei Städte quarantinisieren und Bogota abreißen. Oder Ho Chi Minh statt abreißen. Ja. Hast du Sprengstoff? Nein, aber... Ich habe eine dunkle Vergangenheit. Ach so, okay. Du musst nur statt Farben... Ich muss nur die passende Farbe abwerfen. Ich habe im Moment alle Farben. Tatsächlich lieber Ho Chi Minh. Aber, was ich cool fände, wenn du diese zwei Städte quarantinisieren kannst. Dann kann ich nicht Ho Chi Minh. Dann kann ich nur Bogota. Das fände ich besser, wenn du die beiden machst. Weil, egal welcher ausbricht, es strahlt überall hin. Aber bei den beiden haben wir meinen Bauch. Ich würde fast sagen, es kommt eine Epidemie und wir versuchen, die, die hier drin sind, zu quarantinisieren. Okay, können wir auch noch... Aber da ist zumindest Buenos Aires auch da. Das ist Buenos Aires, St. Paul aber gleich noch. Los Angeles, Lagos sind die Spannten. St. Paul ist nicht dabei. So, in Los Angeles können wir uns den Ausbruch leisten. Nein, können wir nicht. Es strahlt aus da vorne. Ja, aber es strahlt nirgendwo hin. Es strahlt nicht nach heute aus. Es strahlt nach Sydney aus. Ah, okay, gut. Weil es auch noch blöd ist, aber... Ja, aber dann... Es wären Lagos und Buenos Aires die großen Gefahrenträger. Also, wenn du die beiden hinkriegst? Ja, krieg ich hin. Und was ist da oben mit Zoo? Ah, gut, es ist nur eine. Ja, es ist auch nur eine. Das Einzige ist, ähm... Soll ich Bogota abreiße. Warum? Wir müssen irgendwie noch gewinnen. Wir brauchen... Was soll ich? Noch irgendwo einzeln, weil die Impfstofffabrik glaube ich gerade nicht so ganz. Richtig. Ja. Mir ist tatsächlich lieber, wenn du Quarantäne machen kannst. Kannst du irgendwas abreißen? Nein. Ho Chi Minh Stadt. Scheming. Äh, dafür muss jemand nach Ho Chi Minh Stadt. Ja, aber das ist doch kein Problem. Da kann ich direkt hinfliegen. Ja, aber er kann sich direkt hinfliegen. Ja, Moment, okay. Ich steh doch da... Ich komme nach Bagdad, ich fliege nach Ho Chi Minh Stadt, ich reise Ho Chi Minh Stadt. Ja, jetzt noch eine, ich bin übrig. Ich haue wieder ab. Dann kann ich noch zusätzlich Sao Paulo machen. Okay, lass die noch am bleiben. Du kannst sogar stehen bleiben, weil du kommst ja eh nicht mehr dran. Ich habe einen Schutzanzug. Achso, dann kannst du erst recht stehen bleiben. So, das heißt... Wenn wir den Schutzanzug haben, ist das richtig langweilig. Ich bin ja in Moskau. Ich mache von Moskau einen Direktflug aus. Es gibt keinen Direktflug von Moskau. Und zeige meinen Fallschirm vor, der mir erlaubt, einen Direktflug zu machen, auch bei Panikstufen 2, 3 oder 4. Zu einer Stadt, nicht aus einer Stadt. Nein! Ich glaube, das ist eine falsche Übersetzung. Ja, aber führe einen Direktflug oder Sonderflug zu einer Stadt mit Panikstufe 3 oder 2 aus. Aber du darfst keinen Direktflug von dort machen. Aber du darfst jetzt hier hin. Ja, aber es würde ihm erlauben, dort hinzukommen. Aber er darf trotzdem nicht weg. Und da hilft ihm der Fallschirm nicht. Ich würde sagen, du darfst. Nein, er darf nicht weg, weil er nicht wegkommt. Er kann ja die Karte gar nicht einsetzen, wenn das so wäre. Doch, er kann sie nur nicht von einer Stadt 2 aus einsetzen. Er darf damit in jede Stadt 2 oder 3 reinkommen. Aber er darf nicht aus denen raus. Das weiß er doch. Das weiß er doch. Versust doch einfach nur. Ja, ich fürchte, ich sehe es genau so. Scheiße. Ich finde das logisch, dass man mit Fallschirmen aus einer Stadt startet und daraus kommt. Also wenn ich in einer rebellierenden Stadt bin, mache ich auch mit einem Fallschirm auf und dann bin ich raus. Und dann schlieg ich nach Bogota. Mit deinem Fallschirm? Mit meinem Fallschirm. Den zeig ich euch nicht nochmal. Das haben wir schon gemacht. und dann deckst du deine Rennkarten auf London und Mumbai ich habe erstmal zu viele Handkarten ich kann dir keine abnehmen weil ich will ja Ho Chi Minh Statt will ja auch nicht aber ich glaube ich komme wahrscheinlich gar nicht mehr dazu Ho Chi Minh Statt zu kletten weil er jetzt drei Karten zieht von da ja, weil das sind die ungefährlichen wir werden sehen Johannesburg Miami und Cairo Jesus erwartet immer so, egal ob das eins zwei wie kommst du da hin von da? von der Militärbasis von der Militärbasis von Karachi nach Bagdad die habe ich ja gerade runter genommen weil ich fliege mit dem Militärsonderflug dahint um euch abzureißen und da ist noch eine übrig, richtig? dann habe ich noch eine übrig ja, wo soll ich hin? sie landet high du könntest high natürlich ja, und dann? dann laufe ich wieder zurück zum Forschungszentrum und wenn ich nochmal dran bin du könntest hier den roten rausnehmen ach, erstmal brauche ich noch die Aktion dann ja, dann nehme ich den roten raus vier Chennai und nein eine mehr aber noch ist nichts passiert Madrid nichts passiert das ist eine sehr schöne Karte ja boah es ist alles noch möglich vier es gibt vier, bei denen nichts passieren würde Johannesburg wäre blöd und ich glaube, das war's wenn es nur vier gibt, dann wäre das auch nicht gut so, wir haben Moskau nichts passiert jetzt passiert wir haben Tokio naja Tokio ist blöd riecht aus boom das heißt und weiß kriegt eine Nabe aber das ist weiß gerund verdammt hast du ein Manneken schon rübergehend? setz doch mal ein Manneken rüber was? ach so nach San Francisco und 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 was ist das nächste? Ho Chi Minhstadt den hast du gerade weggenommen und Johannesburg Alexander, du bist einfach nicht gut im Ziehen Johannesburg kriegt noch den Kleber es passt ja einiges mit Johannesburg erstmal kriegst du eine Nabe ach ach man du der letzte Karte die letzte nein das war schon die vorletzte Karte das war die dritte das war die zweite Karte die die Nabe verpasst hat aber wir können uns jetzt eine Stätte aussuchen die einen Aufruhr kriegt ich wäre ja für Bayern des Eires Johannesburg kann keinen kriegen also Johannes oder? doch könnt ihr auch einen kriegen warum? Johannesburg ist doch schon der letzte Ausbruch hier es geht gar nicht weiter Tokio war auf zu Johannesburg schiebt uns auf tot Johannesburg bricht aus damit bricht alles hier aus und dann können wir uns aus ja aber das bricht nicht mehr aus weil wir schon auf tot sind doch wie ihr jetzt den Ausbruchsmarker kriegt ja aber Johannesburg streckt um einen an ne eben nicht ja das wäre doof ja aber wir haben das letzte Mal auch so gespielt und genau die gleiche Lische hast du ja schon mal gehabt ja da haben wir uns beschlossen wir suchen uns aus aber wir haben halt zufällig die genommen auf der wir standen weil wir die beste waren sooo was willst du so da was für eine Nahrung möchtest du haben wir hätten ja eh kein Heilmittel entdecken können dann wäre es vielleicht doch könnte man ihm doch die Karte geben wo er nur eine Karte hat dass das Handkarten damit um ein sinkt ja zum Beispiel oder besessen hast du am Ende des Zuges eine gerade Anzahl Karten auf der Hand wirf eine ab ähm die ist schlafen ja aber das tatsächlich mit dem Handkartenlimit wäre ja nicht so schlecht schlaflos die ist vielleicht gar nicht so dumm wegen konkurriert mit ja schlafen welche? besessen naja ich meine so häufig willst du nicht du willst ja nur ab und zu meine Karte haben na gut ich würde schlaflos nehmen aber es war sehr knapp oh ja also Johannesburg steigt auf Stufe 2 ja ja damit brennt das Forschungszentrum nieder ja äh ich habe so das Gefühl in der Runde wäre der englische Ingenieur jetzt gar nicht so schlecht so das war die erste Oktoberpartie vierte Tanzchen null in statt null erledigt ja achso das ist wieder nur ein Spielsichtbonus ja der interessant ist ja ok aber wir kriegen jetzt zwei Karten ja wir kriegen jetzt zwei Fortschritte wir könnten genau nichts auf dem Brett machen also können wir nur wieder Karten kriegen wir haben doch neue Fortschritte ja das waren die Idee neue Fähigkeiten ja ich glaube ich würde jetzt tatsächlich die Impfer spielen solange ich mit Spritze rumrennen kann ist alles ok ich würde ehrlich gesagt überlegen ich würde ehrlich gesagt überlegen den Soldaten rauszunehmen den Monologen reinzunehmen ja in dieser Runde ja tatsächlich würde ich dazu stehen also diese Runde findet aber heute nicht mehr statt ja weil wir 11 Uhr haben glaube ich wenn wir uns beeilen hey der Soldat könnte Archivzugang lernen dein Handkarten damit steigt um eins sehr schön das klingt sinnvoll ja ja was waren denn die neuen Fähigkeiten ja wo hab ich denn die neuen so indirekt hat die Immunologin ja jetzt mitgespielt ja ja wie sind diese Spiel vorgekommen Multiple Persönlichkeiten du darf Sonderflüge zwischen beliebigen Gebäuden ausführen wollten wir nicht vergessen weil wir haben jetzt jeder neuen Gebäudetyp ja aber die die darfst du ganz normal mit Forschungszentren machen und die Militärbasen brennen wir gerade nieder ja na gut also so berauschend ist die Fertigkeit nicht mehr da haben Logistiker recht Ausrüstung haben wir noch spannende neue ja aber wir hatten doch Fertigkeiten ja eins nach dem anderen ja 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 das ist noch gar nicht neue kurz vorher sagte er ja 10 war Gib's zu, du willst ja nur weiterspielen. Das ist kein großes Geheimnis. Sind die auf dem Tisch hier irgendwo? Ja, hier. Nee, das mein ich nicht. Wir haben neue Sonderfertigkeiten, oder? Wir haben keine neuen Sonderfertigkeiten. Aber wir waren keine neuen Sonderfertigkeiten dabei. Was meinst du? Die letzten U-Bahn. Was ist denn? Wenn wir noch weiterspielen, kann das gerade werden. Warum? Du musst ja Nachtbus annehmen. Nö, man kommt mit der hier eigentlich immer zu mir. Ja, aber ich fahre ja nicht mal Alltags. Immer Mittag. Ich glaube, es gab wirklich keine neuen Sonderfertigkeiten. Besser, wenn ich immer ohne Bus weggekommen. Heiner, es gab keine neuen Sonderfertigkeiten, glaube ich. 06 war die letzte, halb eins zum Beispiel. Dann müssen wir zwei mit dir. Punkt um, ich muss morgen arbeiten. Morgen früh raus, ich muss ein bisschen entspannter fahren. Ich mache heute keine weiteren Runde mehr. Ich muss morgen auch arbeiten, ich muss bis nach Weißensee fahren. Was sagst du denn Weißensee? Das ist hinter Spannende. Naja, jetzt mal gucken, ne? Von der Entfernung her würde es fast hinkommen. Von Kiel aus betrachtet glaube ich, das ist sogar recht, ja. Also den Luftschlag finde ich interessant. Ich würde jetzt mal ein paar Freie Ereignisse kleben, vermutlich. Luftschlag finde ich interessant. Eine Lotion bestand aus einer blieben Stütte entfernt. Dann, dafür haben wir doch jetzt Impfungen. Was waren denn die neuen Impffähigkeiten? Gerade so mit Hausbauung. Ja, da gibt's nix. Da hast du doch vorhin was vorgelesen. Ja, wir müssten dafür Impfstofffabriken haben, die wir dann schon festkleben dürften. Ja, wir können Impfstofffabriken festkleben. Hatten wir noch irgendwelche Fähigkeiten? Ich finde sie einfach gerade nicht. Wir hatten noch irgendwelche, also zumindest so Sachen wie du heilst alles auf einmal und... Ja, das ist ja die Ausrüstung. Das ist ein Bioreaktor und das Sprühnebelgerät. Ja, das Sprühnebel war geil, ne? Ja, dann darfst du das Bioreaktor und das Sprühnebel anpflegen. Das Problem ist natürlich... Ja, dafür brauchen wir aber erstmal Impfstofffabriken auch wieder. Ja, ich denke mal die bauen wir ja. Oder später. Das Problem ist immer natürlich, je mehr von diesen Karten man hat, desto weniger erforscht man Heilmittel. Ja. Deswegen würde ich auch nicht Ausrüstung, sondern freie Ereignisse nehmen, die finde ich die Politik besser. Ja, wobei ich jetzt hier... Die sind vorbei, die sind teilweise auch nicht viel besser. Wobei man jetzt hier tatsächlich darüber nachdenken könnte, die nächsten Spiele gegebenenfalls on purpose zu verlieren, um sich eine gewisse geimpften Basis aufbauen zu können, über die Monate hin. Wir müssen sowieso eine Impfbasis aufbauen, also ob wir dann gewinnen oder verlieren. Ja, aber wenn wir dann stattdessen eben erstmal sagen, wir scheißen auf die Heilmittel. Also wir brauchen eine Durchschimpfungsrate von 95 Prozent, damit es nicht mehr Epidemisch... Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Also wir müssen hier wirklich sagen, wir fokussieren uns jetzt erst einmal darauf, hier die Fabriken hochzuziehen. Ach, wir hätten dir eine andere Narbe geben sollen. Übervorsichtig. Um ein Heilmittel zu entdecken, benötigst du eine zusätzliche Karte in derselben Farbe. Ich weiß nicht, irgendwie jetzt scheint mir das so... Aber ehrlich gesagt ist das für uns, glaube ich, sogar noch besser als übervorsichtig. Bug-Using auch irgendwie. Kann kein Heilmittel entdecken, ich weiß nicht... Aber mit dem Grund braucht er für eine Karte mehr. Ja, irgendwie bin ich dann so der Ansicht dieser Skala, das kann man ihm dann nicht geben. Du bist doch sonst der, der so auf Regeln fanatisch ist. Ich sagte doch gerade, das klingt so nach Bug-Using. Ja, aber Bug-Using ist ja erlaubt. Ja, wo ist das Kuling? Ich habe bis jetzt noch kein Wort gehört, was mir irgendwelche Kopfschmerzen bereitet. Doch, das habe ich. Und zwar, dass der englische Ingenieur mehr darf als der deutsche. Obwohl das ja eigentlich ein ganzer Satz ist. Multiple Persönlichkeit, du darfst Nonderflüge zwischen beliebigen Gebäuden ausführen. Ja, wie gesagt, Forschungszentren und Fabriken sind so oder so egal, darfst du immer. Nur militärbar sind, zerstören wir gerade. Ja, aber reichen. Also der Einzige, den diese Karte was bringen würde, wäre der Sanitäter, weil ich keine Militärbasen anfliegen darf. Das fände ich eigentlich gar nicht dumm. Aber dann hätte ich eigentlich lieber eine Handtasche. Auch wenn die weniger wert ist, sieht die schöne aus. Ja, gibt aber keine mehr. Also bevor wir gar nichts anderes haben, nehme ich die gerne. Gerade ja jetzt mit den Impfstoffen die Flexibilität doch sehr wichtig ist. Und jetzt können wir einen Atomschlag auf dem Helm hier machen. Oder auf Tokio. Also ich bin ja immer noch für den Luftschlag. Entferne einen Losch und gestaltet aus einer beliebigen Stadt. Weil beim Impfen bin ich dabei. Können eigentlich alle nur einen rausnehmen und wenn keiner mit drin ist, gestaltet immunisieren. Und dann... Ja, dann lass uns die beiden nehmen. Das ist schade schon wieder, dass der Könnel der Verräter war. Tja, weil er mit Aktionen die Leute erschießen konnte. Ja. Ja. Ich darf es noch den Helm nehmen, wenn du möchtest. Was? Lass dir nichts aufquatschen. Ich bin kein Vertreter. So, Johannesburg Luftschlag. Ich finde, das passt gut zusammen. Was meint ihr? Ja. Gibt es Hiroshima? Also ich sehe so viel, was da brennt in Johannesburg. Da kommt das jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja. Das sind die meisten brennenden Gebäude. Wir kriegen jetzt natürlich so ein kleines Problem. Ich bin ganz froh, dass das Forschungszentrum in schwarz ist. Hm. Also ich bin eigentlich im Moment da so relativ froh darum hier, dass Europa so relativ gesund ist. Ich glaube, wenn man wirklich richtig mistig gespielt hat, richtig viel Pech hatte, könnte man jetzt tatsächlich das Problem haben, dass man nicht so mehr Fabriken installieren könnte. Ja. Hm. Vielleicht findet man das ja in der Box 8, Möglichkeiten, um Städte wieder zu beruhigen. Hm. Wir gucken nach dem Spiel rein. Hoffen wir. Hoffen wir nach dem Spiel. Na, können wir dann noch reingucken, wie viel? Wir haben noch... Okay, wir haben noch fünf Monate. Wir müssen noch drei Folgen, die nächsten drei Folgen verlieren, zum Beispiel. Hm. Hm. Oder? Na, so praktisch. Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll denn noch passieren, außer dass wir falsch ziehen oder doof spielen? Oder? Warte mal, was haben wir in der Setztes... War das denn gerade die erste oder die zweite Oktober? Die erste Oktober. Die erste, okay. Das heißt ja wirklich, bei der zweiten müssen wir dann impfen. Das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Wir gucken. Bis zum nächsten Mal.